Hallo und da sind wir wieder zur nächsten Folge Let's Play Star Trek Online mit eurem LP Gamer Steffen und Karan Nahr. Und jetzt nehmen wir den Turbolift in die Ingenieurs Abteilung. So, kann ich machen. Oh, jetzt kommt sie schon allein gerannt. Wo rennen die alle weg? Habt ihr Angst zu mir oder was? Ich bin euch so mächtig. Wie? Wollt ihr weggehen? Ihr Feigenschweine. Kommt her, hier. Jetzt geht's los, ey. Ich bin halt voll auf Laune hier, so Metzeln. Heute seid ihr euch nicht mit mir anlegen. Heute bin ich nämlich voll drauf, ey. Wann gehe ich halt ab? Ich bin jetzt Katze. Oh, eine Buinkiste, ne, eine Odinienkiste, die man nix nutzt, weil ich keinen Schlüssel hab. So, hier lang. Wo ist eigentlich der Bob-Kern hier? Da irgendwo? Okay. Ja, da sieht der Maschinenraum aus. Hallo? Habt ihr keine Chance? Es gibt auch. Ja, drei Schüttel, tot ist er. Ey, lass mein Schiff in Ruhe. Es gibt's ja, haue, haue, haue. Was bittet ihr euch eigentlich ein hier? Komm mal ran auf den Meter, du Loser. Keine Chance. Komm hoch. Hallo? Was steckt da sich da unten? So eine feige Sau. Komm her. Äh? Naja, okay. Die kümmern sich schon drum. Keine Säuge. Ich lass mal Ballern. Ich hab mir dabei mal ein paar Gegenstände ein. Guckuck. Hier bin ich. Loser. So, was damit? Ist nicht der Generator. Aha. Ich geh da ab. So. Hier liegt noch was. Oh Gott, hier gibt's reine Sachen. So, aber ich muss darüber. Mal schauen. Da muss jetzt hier irgendwo sein. So. Das ist ein schönes Raum, oder? So, und dann noch mal rechts. Alles klar. Rechts. So, dann noch mal rechts abbiegen. Da muss es dann sein. In dem Raum hier, richtig. Ah ja, hier. Wer ist denn das? Hallo, Chefingenieur. Kann ich machen. Ich probiere es zumindest. Los, Leute. Wir müssen hier was reparieren. Reparaturauftrag. Ich muss hier noch was überbrücken. Na, das macht einen Spaß hier. Ich will kämpfen und nicht reparieren. Was haben Sie den Chefingenieur, ey? Um mich das machen, kann ja nicht wahr sein. Da oben? Uh, noch ein Sprung. Passt doch. Hier? Äh, wo muss ich das machen? Da unten? Wo ist das jetzt genau? Ich muss irgendwo eine Konsole sein, die ich aktivieren muss. Ja, aber wo genau? Ah. Da ist sie doch. Man kann alles finden. Man muss nur suchen. Guck. Hier ist ein Kreis. Und das Teil ist schon aus außerhalb. Na ja. Die Musik. Da muss ich noch alles machen. Wo ist das? Ah, da drüben. Alles klar. Wird gemacht. Dafür will ich aber auf Geld, Leute, ne? Das wisst ihr schon. Da mach ich nicht alles kostenlos. Dafür bin ich viel zu, äh, ehrenhaft dafür. Hä? Dafür will ich Knete sehen. Vigonisches Geld. Vigonische Taler. Keine Ahnung, wie das bei euch heißt. Ach, daran muss ich. Da ist schon wieder falsch rum, Seder. Und da ist noch eine ganze Horde Feinde, die, äh, keine Bedrohung sind für uns, weil wir einfach so gut sind. Die war auch mal mit einem Schlag platt. In einer Minute. Hallo Leute. Was macht ihr so eine Scheiße? Macht ihr überhaupt keinen kaputt? So, das war nicht, ne? So haben wir nicht gewettet, dass er überhaupt keinen kaputt macht. Komm, du bist auch noch dran, mein Freund. Bämms. Weg ist er. Was halt voll Noobs das sind, ey. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Wird auch wieder so überlaufen, ne? Alles klar. Wow. Also, ihr keine Chance. Bämms. So, alles klar, Leute. Alles sicher. Wir müssen nur noch was regulieren. Wo ist das Teil? Ah, das ist immer zu finden. Die sind manchmal eine Aufgabe hier. Ah, das ist man jetzt nicht hier. Mann, wie es auf Vigonische Maschinenräume aussieht. Das ist doch da drüben irgendwo. Ach, dort oben. Diesmal okay. Da machen wir das mal hier. Regulieren die Ausgangsleistung. Machen wir. So, Brücke. Kann ich. Ei, ei, sehr. Schon aufm Weg. Aus dem Turbolüft. Falls er noch funktioniert. Äh, das Schiff hat ja schon ganz schön was abbekommen. An Waffenfeuer. Das könnte kritisch werden. Was ist das blaue Eis? Hier ist das Schnee? Eis? Hier funktioniert doch irgendwas nicht mehr auf dem Schiff, oder? Ohne Ahnung, was das ist. Also irgendwas funktioniert hier nicht mehr auf dem Schiff. Alles vereist. Kommt her, meine Freunde. Mache ich auch noch Platz hier oben. Die Brücke ist auch total vereist. Wunder mich überhaupt, dass wir noch Klingon leben. Ja, die ist jetzt, äh, genau richtig. Weil die leben ja auf kalten Planeten. Die Brin. Daher macht den, die kennen nämlich nichts aus. Domingon, schon ein bisschen er. Ah, okay, mit dem Reden. Ich sehe mich aber einfach den Gegenstand. Und. Hallo. So. Wie gesagt, ihr könnt das gerne in dem Pausenmenü lesen. Ich lese das nicht alles vor. Schicksal abgeschlossen. Nach Kvanus müssen wir alles klar. Es ist ein Schiff beam. Energie. Ihr habt ja bestimmt, äh, allen jetzt klar. Ja. Wir haben ja alles erledigt für euch. Und zur ersten Stadt. Energie. So. Und damit ist die Folgenzeit auch wieder um. Und. Ich sage. Ciao mit V. Genau. Und Kaplas. Äh. Mann. Eh, was nicht los. Kanal sagt. Kapla. Bis zur nächsten Folge. Haya bin Gong Commander. Schö. Schöö. Schöö. Vielen Dank.